Das lag bei dir in der Kammer. Ich war damit bei einem Metallurgen an der Kansas Uni. Er sagte, das Material, aus dem es besteht würde, würde nicht mal im Periodensystem vorkommen. Es ist mit anderen Worten nicht von dieser Welt. Und du auch nicht. Du bist die Antwort, mein Sohn. Auf die Frage, sind wir allein im Universum? Das will ich aber nicht sein. Und das kann ich dir nicht verdenken, mein Sohn. Das wäre für jeden eine schwere Bürde, aber du bist nicht irgendwer, Clark. Und ich glaube fest daran, dass du aus einem Grund her geschickt wurdest. All die Veränderungen, die du durchmachst, wirst du eines Tages als Segen betrachten. Und wenn dieser Tag kommt, musst du eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, ob du dich den Menschen voller Stolz offenbarst oder nicht. Das war ein Grund, dass die Wahl im Monat mit den Geschichten hat. Und wenn ihr nicht allen geht, Und dann starten die Frage, dann kommst du die Frage, und dann kommst ein bisschen zurück, dann kommst du dich zum Beispiel zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal. 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 ... 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